Wer drückt mehr an Bankdrücken? Who is stronger at benchpress? Ein Punkt, beide schwarz. Wer hat den gefährlicheren Aufschlag? Who is the most dangerous service? Keine Meinung. Wer ist besser mit der schwachen Hand? Wer hat die schönere Frisur? Wer hat das hübschere Lächeln? 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 Welchen 것도 honig? Wer hat das hübschere Lächeln? Wer hat die größere Lächeln? Wer hat das hübschere Lächeln? Wer hat das hübschere Musik? Keine Dad. Was do you listen to? Coulte-Play Wer geht abends früher ins Bett? Wer geht abends früher ins Bett? Wer geht zu Bett? Oh nein. Okay, Punkt. Wer jammert mehr im Training? Wer whinn veint oder ist mehr wütter im Training? Wer ist der bessere Tänz? Wer ist der besser Dancer? Der Ball ist nicht gut. Wer hat die härtere Vorhand? Wer hat die härtere Vorhand? Nein. Übereinstimmung! 5 Punkte! Applaus! Wahnsinn! Danke, danke!